Hi, ladies and gentlemen, I'd like to welcome you on board on the rocket to the moon. Please fasten your seatbelt, we're ready to take off. Thanks. Wie es vielleicht aufgenommen wird, das war eigentlich mehr so, auch wieder so aus dem Urlaub heraus, so ein Thema, wie wir drauf gekommen sind. Aber deswegen werde ich jetzt gleich nochmal das Thema sagen, beziehungsweise ihr seht es schon in der Überschrift, aber erstmal herzlich willkommen, René. Hi Manu, herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut so weit. Mir geht es auch gut, danke. Zu unserem Podcast hier, nicht zu deinem. Rekusmus war schon immer eine Stärke. Ja, ich glaube, dich fragen, ich brauche dich jetzt nicht noch irgendwas fragen, wir sitzen hier gegenüber immer noch in der Aufnahmesession, also das macht immer, ich finde es immer ein Schmarr irgendwie, aber egal. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut. Ihr hattet eine erfolgreiche Woche, ich würde sagen, starten wir da mit rein. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, was euch bedrückt, wie es euch geht und ansonsten legen wir los. Das finde ich gut. Auch von mir natürlich, ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Und ja, kommen wir zum Thema diese Woche. Und zwar, ja, brauche ich da zu viel zu erklären, lebt man dumm besser? Zur Erklärung, es geht jetzt hier nicht um absolut dumme Menschen, es geht einfach darum, News-technisch, beziehungsweise, ja, doch ein bisschen News-technisch getrieben, lebt man einfach dumm besser? Weil ich hatte auch, jetzt zur Erklärung eben dazu, wir waren ja mit mehreren Personen im Urlaub und dann waren wir mal einen Tag alleine, ein Kumpel und ich, und dann haben wir uns den ganzen Tag über politische Themen und sowas unterhalten. Man kennt es halt, wenn man mit jemandem so auf Augenhöhe ist, dann kannst du dich auch auf Augenhöhe unterhalten. Dann lässt du die andere Person respektvoll reden und sonst was. Nur halt sehr politikhaft, beziehungsweise so Themen, die in der Welt halt rumgehen. Und da habe ich mich so gefragt, lebt man eigentlich dumm besser? Und so in der Hinsicht... Jetzt mal eine ganz wichtige Frage an der Stelle, wie definierst du in diesem Moment dumm? Dumm einfach im Sinne von, ich bekomme nicht mit, was in meiner Außenwelt passiert? Genauso. Oder, also in dem Sinne, dass du von außen, dass es dich überhaupt nicht interessiert. Im Endeffekt, du lebst einfach so ganz gechillt dein Leben, dich interessiert von außen so, was News kommt, was so außen auf dich aufprallt. Es interessiert dich einfach nicht, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt irgendwelche anderen News sind, ob es Kriegs sind. Es juckt dich einfach nicht. Und das habe ich eben so, ist vielleicht jetzt echt ein bisschen provokant. Deswegen, die Folge wird trotzdem so heißen, deswegen erkläre ich es aber auch gleich am Anfang. Klar, es ist provokant, aber lebt man so vielleicht glücklicher, als wenn man sich tagtäglich News reinballert? Wenn man sich tagtäglich irgendwelche Diskussionen leistet, ob es jetzt mit Kumpel ist, ob es mit Familie ist und dann möglicherweise noch Streit raus ist. Was sagst du dazu? Sehr, sehr schwierig. Das ist so ein Thema, das betrachte ich halt wieder so ein bisschen in meinem Gehirn direkt von zwei Seiten. Einmal von der Seite her, okay, dumm, dumm vom Wegen her ist es nicht so gut im logischen Denkenbereich. Und jetzt natürlich der Punkt vom Nachrichtenbeispiel an der Stelle, weil ich würde das jetzt an der Stelle einmal ganz klar verleihen, weil ich als Elliott Valley Trader, sage ich mal, Nachrichten so interessiert mich nicht. Wenn ich das alles höre, fuck mich sowieso nur ab, denke ich mir, okay, komm, guckst du dir das Ganze gar nicht an. Und wenn man mal was dazu hört, frage ich immer sehr, sehr viel gerne nach, so auch so ein bisschen aus Neugier und Interesse. Sagt dazu dann natürlich auch so ein bisschen meine eigene persönliche Meinung, aber ich lasse es dann auch nicht an mich ran. Von daher würde ich sagen, es lebt sich nicht unbedingt besser, weil ich denke, ich mache mir über wesentlich andere Dinge genauso viele Gedanken oder schiebe wegen anderen Dingen so viel Stress, wie Leute, die über Nachrichten Stress schieben in diesem Moment. Von daher würde ich diese Frage mal so mit Nein an der Stelle beantworten. Wie siehst du das Ganze? Du beschäftigst dich ja auch mehr mit Nachrichten, Politik und Pipapo und Tralala. Du bist da ja wesentlich tiefer drin als ich. Ich bin da tiefer drin und manchmal denke ich mir halt auch ein bisschen zu tief drin mit der ganzen Materie, weil ich lasse mich halt auch ziemlich leicht triggern. Da muss ich auch so ein bisschen Selbsteinsicht zeigen, dass ich mich ziemlich leicht triggern lasse mit manchen Themen, versuche dann auch ein bisschen in die Diskussion zu gehen. Und das zieht sich dann halt auch. Und wir hatten das halt, ich sage jetzt mal so einen halben Nachmittag immer mal wieder so, ja, das Thema und das Thema und das Thema, wo wir uns unterhalten haben. Hast du ein Beispiel-Thema, was dich so triggert, auf die Palme bringt? Und da gibt es kein Beispiel-Thema. Es ist irgendwas, sobald es irgendwie politisch, Beispiel jetzige Politik, was momentan da abläuft oder so. Wir wissen alle, dass es absoluter Dreck ist, was da oben ist. Aber wenn du dann jemanden hast, der einer anderen Politik gesinnt ist, sage ich jetzt einfach mal, und dann in Diskussionen geführt wird, triggert halt dann ein bisschen. Wir müssen jetzt nicht in die rechte Schiene. Darum ging es, ich war jetzt auf eine andere Partei bezogen, die eine schöne, helle Farbe hat und sowas. Sowas triggert halt dann. Wenn du solche Leute dir gegenüber hauckst, obwohl du genau weißt, das ist absoluter Bullshit. Wenn ich jetzt aber absolut mich nicht interessieren würde für dieses Thema, hätte ich wahrscheinlich auch kein Problem damit. Weißt du, was ich meine? So, es triggert dann im Kopf einfach so, weil du dir Gedanken über das ganze Thema machst. Wenn du jetzt aber ein Mensch bist, den überhaupt nichts juckt, der einfach nur sein Leben lebt, chill mich jetzt hier auf meiner Luftmatratze, lass mich alle in Ruhe. Habe ich mich halt so gefragt, geht es den Leuten einfach besser? Weil sie einfach keine Probleme haben, so in dem Sinne. Wir haben natürlich auch nicht die Probleme. Wir machen uns ja im Endeffekt die Probleme, obwohl sie uns vielleicht nur indirekt betreffen. Ich meine, beispielsweise... Ampelmann und Frau. Was? Ampelthema. Wir brauchen Ampelweibchen. Ja, zum Beispiel. Das sind so unnötige oder genauso dieses Gegender und dieses was weiß ich und Ichsen und keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was es da alles gibt. Das ist der größte Irrsinn, den wir sowieso in Deutschland haben. Und sowas triggert halt dann. Es betrifft mich eigentlich nicht, aber es betrifft auch eigentlich nur eine Minderheit in Deutschland, aber wir machen Politik für Minderheiten in Deutschland. Und das betrifft uns dann wiederum. Und das triggert mich dann auch in dem Sinne, wenn wir jetzt das Thema gerade schon angesprochen haben, obwohl es mich eigentlich nicht betrifft. Und eigentlich kann es mir scheißegal sein, solange ich es nicht machen muss. Aber trotzdem bin ich halt so mehr in meinem Diskussionsfluss, weil ich einfach ein bisschen mehr Politik interessiert bin und mich dann immer so frage, was geht in diesen Köpfen los. Ist das dann nicht manchmal auch so ein bisschen vielleicht der Punkt, ich meine das jetzt nicht wertend oder angreifend oder so, dass du versuchen möchtest, manchmal die andere Person von deiner Meinung zu überzeugen? Gut möglich, beziehungsweise aufklärend. Zumindest eine normale Diskussion zu führen. So könnte man das auch. Also nicht, dass ich jetzt davon überzeugen will, von mir aus kann jeder sein Geschlecht heutzutage, kannst du jetzt eh jedes Jahr ändern, falls du es machen willst übrigens, das ist jetzt durch anscheinend das Gesetz, kannst du es jedes Jahr machen. Das sind so Sachen. Ich ändere es zu Joker. Nee, du kannst nur jedes Jahr zwischen Männlich und Weibchen. Also das kannst du machen. Du kannst leider noch kein Baum sein. Das kannst du noch nicht machen, aber das habe ich schon angeordnet bei der Ricada. Also bei der Ricada Lang habe ich mal E-Mail geschrieben, hey, ich würde gerne ein Baum sein. Könnten wir das mal irgendwie durchsetzen. Vielen Dank, Grüße. Nee, Spaß. Ich würde diese Frage jetzt an der Stelle aber auch mal an die Community so ein bisschen weitergeben. Wie seht ihr das Ganze? Lebt man unwissens oder auch dumm an der Stelle meinetwegen betitelt? Also wir meinen damit fernab von Nachrichten so ein bisschen Politik. Glaubt ihr, es lebt sich dahingehend dann besser, entspannter, leichter? Oder die Menschen, die sich halt auch so ein bisschen abseits davon befinden, sagt ihr dann eher, nee, wie ich zum Beispiel, dafür stiebt eher mehr Diskussionspotenzial, Stress in anderen Bereichen im Leben, wo ihr denkt, das kompensiert sich dann so ein bisschen? Weil das denke ich mir zum Beispiel ein bisschen, würde mich eure Meinung an der Stelle mal interessieren, wie ihr das Ganze seht. Es ist halt auch, gut, ich kenne jetzt keinen, dem im Endeffekt es so geht, aber es ist mir halt im Urlaub einfach extrem so rübergekommen, so wenn du mal, du reflektierst dich ja auch selber, gehört ja auch dazu. Ich meine, ich glaube, das werden wir beide immer, oder machen wir beide, dass wir uns auch mal selbst reflektieren, okay, was kann man besser machen und sowas. Aber das ist halt so ein Thema, das ging mir so im Urlaub dann auch nicht mehr so wirklich aus dem Kopf, weil ich mir gedacht habe, hm, die Leute haben es doch einfacher. Ich meine, ich gucke beispielsweise, ich bin so ein Typ, ich gucke keine Nachrichten, ich lebe mein Leben, ich rauche meine Zigarette, mein Joint, ich lebe mein Leben. Was habe ich für Probleme? Es triggert mich nicht, ob jetzt in den Medien wieder über Gendern diskutiert wird, ob das 20. Atomkraftwerk abgeschafft werden soll, ob... Oh, das ist ein Punkt, der mich triggert. Siehst du, irgendwas triggert immer einen, aber du kannst es nicht ändern. Ja, wie kannst du Atomkraftwerke auch bitteschön abschaffen? Ja, natürlich ist es dumm, aber du musst es positiv sehen, wir importieren dafür den Strom aus Frankreich. Wir fördern die ausländische Wirtschaft und schaden der eigenen, ist das nicht toll? Aber das Positive daran ist, wir bauen ein dezentrales Energiesystem über Windräder. Ha, da haben wir doch schön den positiven Punkt dahingehend gefunden. Weil Deutschland ja auch dieses windstärkste Land ist. Pst, pst. Nee, aber darum geht es nicht, ne? Siehst du, da wären wir ja schon beim Thema. Dich triggert das zum Beispiel. Aber es gibt doch bestimmt Leute, die triggert fast gar nichts, weil die einfach nichts juckt. Ich meine, die chillen ihr Leben. Ich glaube, das sind aber auch die Menschen, die sehr, sehr wenig selbstreflektierend oder sehr wenig selbstkritisch sind, weil denen das in ihrem Leben vielleicht auch so ein bisschen fehlt. Weil die dann vielleicht auch nicht so einen hohen, ohne das jetzt auch wieder an der Stelle werten zu meinen. Das ist nur das, was ich mir an der Stelle halt wieder so ein bisschen vorstelle. Weil diese Menschen keinen wirklich hohen Anspruch, sag ich mal, an sich selber und an die Gesellschaft stellen. Sondern die haben einfach sehr, sehr geringe Ansprüche. Und ich glaube, diese Menschen leben tatsächlich glücklicher und einfacher. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du gerade getroffen hast. Ich glaube, das beantwortet es so in vielerlei Hinsichten, was du halt persönlich auch für Ansprüche für dich selber hast. Okay, thematisieren wir das ein bisschen weiter. Was sind deine Ansprüche so ein bisschen an dich selber? Oder möchtest du das nicht so öffentlich darstellen? Denn wenn man viel über Ansprüche an sich selber redet, macht man damit manchmal ja auch ein bisschen was selber so ein bisschen kaputt. Von daher, wenn du nicht antworten möchtest, ist alles gut. Was meinst du mit Ansprüchen direkt jetzt? Nenn mir doch mal ein Beispiel. Ich habe den Anspruch an mich selber, besser meinen geregelten Tagesablauf auf die Beine zu stellen. Okay, zum Beispiel meine Ansprüche an mich aufhören zu rauchen, täglich Sport machen, tägliche Routinen wesentlich verbessern und, 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 und. Und jetzt bei mir aktuell das Pinescript-Coden lernen, danach rübergehen zum Python-Programmierung und so weiter und so fort. Und für mich ist das halt der Punkt, der mich für mich triggert und mir sagt, damit kompensiere ich das, wo sich andere Leute halt nicht mit Nachrichten beschäftigen. Denn das sind Dinge, die mich stressen und triggern und die mich abends halt nicht schlafen lassen, weil ich mir denke, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das, du musst das. Aber ich versuche dann auch immer alles auf einmal zu machen. Meinst du, das liegt auch, weil wir ja schon mal das Thema Medienkonsum hatten, auch daran, wenn du viel am Handy oder am Fernseher, okay, Fernsehen auf jeden Fall, weil dann kriegst du alles mit. Gut, ich bin jetzt kein Fernseh-Junkie, ich gucke eigentlich wenig Fernsehen, aber trotzdem kriegst du es doch irgendwie immer mit. Wenn du jetzt kein Fernseher hättest, kein Handy, dann wärst du und ich arbeitslos, ich weiß. Ich habe noch meinen Rechner. Ja, auch der fällt weg. Der wird irgendwann vielleicht sowieso wegfallen, wenn wir keinen Strom mehr haben, ne, nur mal so. Ne, Spaß. Aber meinst du, es liegt auch vielleicht viel daran, dass die Leute, dass es vielleicht auch so rüberkommt, dass es heutzutage einfach jeden zu betreffen hat, weil ich meine, es gibt Themen, über die wurde vor 30, 40 Jahren eben nicht diskutiert, weil man andere Probleme hatte, die ernstzunehmender waren, als wie ich dich jetzt nennen soll. Es oder sonst was. Hast du ein Beispiel gerade dazu? General. Ja, aber ein anderes Beispiel, was früher thematisiert wurde, was heute nicht thematisiert wird, sowas wichtig ist. So, weil Thema Kriegspolitik, Wirtschaftspolitik haben wir ja immer noch so. Mir wird jetzt nichts einfallen, worüber wir uns heutzutage nicht auch dieselben Gedanken machen wie früher an der Stelle, nur ist es einfach mehr geworden, würde ich sagen. Ich glaube, der mediale Einfluss ist einfach mehr geworden. So könnte man das Ganze auch betrachten. Das ist natürlich ein sehr, sehr guter Punkt. Weil du viel, viel mehr Infos kriegst als früher. Ob es jetzt im Internet ist oder ob es im Fernsehen ist. Und das löst Unglücklichkeit aus. Nicht unbedingt vielleicht Unglücklichheit, aber du hast mehr Diskussionsbedarf. Ja, ich würde sagen, sogar so aus meiner Sicht her ein guter Teil von beidem. Denn Unglücklichheit ist, keine Ahnung, du folgst sein, keine Ahnung, solch mehr 30 Influencern, die du geil findest oder so, siehst wie oft die im Urlaub sind und denkst dir, boah scheiße, ich kann mir das nicht leisten oder irgendwie sowas an der Stelle. So, und dadurch kann dann halt auch Unglück in sich selber halt entstehen, weil man von außen, wenn nur das Bild vorgelebt wird, oh, die haben alle das, die haben alle dies, die haben alle jenes. Weil man bewegt sich ja immer so in seiner kleinen eigenen Welt und zusätzlich natürlich der ganzen Nachrichteneinfluss, wo ich sagen würde, davon kriege ich persönlich halt quasi nie irgendwas mit. So, wenn in Russland nahe KW hochgeht, schwöre ich und verspreche ich euch, ich bin der Letzte, der davon weiß. Das wirst du hören, dafür gibt es Alarmanlagen. Ah ja, stimmt, gibt es ja auch immer diese, ja, aber beispielhaft jetzt, ne? Ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, du lebst trotzdem besser als ich wahrscheinlich sogar, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Auf welcher Grundlage? Weil du weniger Medien konsumierst. Wo schiebst du dir, wo, was macht denn dieser Stress an der Stelle jetzt mal mit dir? Es ist unnötiger Stress, weil du es nicht ändern kannst, das ist das Ding. Du weißt genau, du kannst jetzt, ich könnte jetzt mit dir hier oder mit irgendwem, der, ich bleibe jetzt beim Gender-Thema, der fürs Gendern ist, könnte ich jetzt hier vier, fünf Stunden diskutieren. Wir würden eh nicht auf einen Nenner kommen, garantiere ich dir, weil jeder seine Meinung vertritt. Und zweitens, es würde sich nichts ändern, weil wir die zwei Leute nicht sind, die das zu entscheiden haben. Ja, ist was Wahres dran. Und das triggert. Und das triggert dann extrem, weil... Und wie lange nimmt dich das dann mit, wenn du jetzt, sag ich mal so... Jedens, so lange, wie die Diskussion dann dauert. Und danach bist du da wieder fein raus? Ich... So, also sag ich mal, okay, ihr schüttelt Hände, dreht euch um, du gehst ein Eis essen, Feierabend ist das Thema durch für dich. Ich mach mir dann vielleicht noch mal eine Gedanke, eine halbe Stunde und denk mir dann noch mal einen Teil dabei, aber... Ja. Nee, das ist doch mal was. So, es gibt ja auch Menschen, die denken da tagelang noch drüber nach oder denen schwirrt das tagelang noch im Kopf. Nee, da kann ich glücklicherweise abschalten, aber ich kenn genug Leute, die ihr ganzes Leben damit rumlaufen und die ganze Zeit, äh... Ja, diskutieren. Also so schlimm, ich sag jetzt mal nicht, ich bin jetzt hier kein mega-Negativ-Beispiel, aber ich kenn genug Leute, die von früh bis spät gefühlt nur darüber diskutieren. Und ich find sowas auch in der Art gefährlich, wenn du dann eben keine Ziele hast, die du erreichen willst, versuchst du dich halt einfach da irgendwie in Gesprächen einfach zu verweilen. Ich glaub, das ist halt auch, dieser ganze Medienkonsum regt einerseits natürlich zu Diskussionen an, kann dich aber auch in deinen Zielen, wenn du dich zu viel mit den ganzen Themen beschäftigst, aber auch zu viel von deinen Zielen abbringen, beziehungsweise, dass du gar keine Ziele mehr hast oder haben willst. Es ist einfacher, über andere Dinge zu nörgeln, als selber an sich zu arbeiten und selber seine Ziele zu erreichen. Ja. So, an der Stelle, das ist halt ein wichtiger Punkt so. Dafür hab ich halt so diesen Punkt, ich schieb mir halt sehr, sehr viel Stress an der Stelle, bezüglich halt meiner eigenen Ziele, weil ich weiß... Das ist aber positiver Stress. Weiß ich nicht, mich zwingt der auch stellenweise oft genug mal in die Knie, wenn ich mal ein oder zwei Tage lang irgendwas nicht gebacken bekomme. Das ist aber normal, aber du hast ein Ziel, woran du arbeitest. Darum geht's. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt hier von früh bis spät diskutiere, hab ich nix erreicht. Du wiederum hast was erreicht. Für dich selber. Ich hab nichts erreicht. Wenn ich dann auch jetzt mal, sag ich mal, mich dieser Stress in die Knie zwingt, ich sag mal, okay, ich hab jetzt zwei, drei Tage geschafft durchzuziehen oder vier Tage morgens Sport, nicht geraucht und so weiter. Alles top strukturiert gewesen und so weiter und so fort. Und danach kommt ein Tag, wo du dich so erschöpft fühlst, dass du einen Tag mal nicht wirklich viel machst oder einfach nur rumliegst, Fernsehen guckst und und und. Das Schlimme ist, bei mir ist das dann nicht ein Tag, sondern am nächsten Tag habe ich deswegen wegen diesem einen Tag so Kopfschmerzerei, dass ich an diesem Tag nichts geschafft habe, dass der zweite Tag und der dritte Tag danach meistens auch hinfällig ist. Da schiebe ich mir meinen Stress wiederum her. Von daher würde ich das an der Stelle halt, wie gesagt, nicht so direkt unterschreiben, dass Leute, die sich von medialem Konsum, Nachrichten und so fern halten, dass die unbedingt besser leben an der Stelle. Ich bin natürlich jetzt ein Einzelbeispiel. Ich weiß nicht, wie es den anderen immer mal so geht. Aber daher würde ich das halt nicht direkt immer unterschreiben. Ich denke, es kann so oder so aussehen. Kennst du wahrscheinlich gar nicht die Problematik, ne? Wie meinst du jetzt direkt? Die Problematik, die ich habe mit Stress schieben wegen sowas. Oder was mich triggert. Derzeit zumindest nicht, weil ich so ziemlich das erreicht habe. Ich kannte die Problematik auch. Da hast du dann auch weniger Zeit, um dir ... Das ist aber da auch wieder so ein Ding. Du hast weniger Zeit, wenn du dich auf was konzentrierst, dir über andere Dinge Gedanken zu machen. Ist einfach so. Ich hatte vor ein paar Monaten auch nicht unbedingt die Zeit, mir hier über jeden Scheiß hier Gedanken zu machen. Und jetzt habe ich ein bisschen mehr Freizeit. Und dann fängt die Scheiße an. Und das ist so ein Ding, da muss ich wiederum an mir arbeiten, dass ich im Endeffekt sowas dann auch wieder weglasse, weil ich es nicht ändern kann. Du kannst es nicht ändern. Natürlich kannst du dich mal fünf Minuten darüber unterhalten, aber dann ist es auch wieder gut, weil du kannst es nicht ändern. Ach so, das war was dann. Du kannst nur an die Vernunft von vielen appellieren, bei manchen Themen. Und mehr kannst du nicht machen. Und das ist vielleicht auch ein Schritt, den ich gemacht habe. Akzeptier's. Du kannst es nicht ändern. Du kannst nur mit Leuten, wenn du darauf angesprochen wirst, diskutieren. Aber es muss auch irgendwann wieder Schlussstrich gefunden werden. Vor allem, wenn ihr absolut gegensätzlich an Meinung seid. Was ja auch nicht falsch ist oder so an der Stelle. Es ist ja richtig, jeder darf seine Meinung so vertreten an der Stelle, wie er sie für gut findet oder so. Richtig. Jeder kann da draußen die politische Partei wählen an der Stelle, die er gut findet. Und niemand sollte am Ende des Tages für irgendwas dafür verurteilt werden. Am Ende des Tages müssen wir immer nur mit den Konsequenzen rechnen und legen. Und da darf am Ende des Tages niemand auf irgendwen sauer sein, weil irgendwer irgendeine Meinung vertreten hat. Sondern dann geht es allen halt gegebenenfalls an den Krag. Vielleicht lässt sich da noch zu sagen, verschwendet, egal ob es sonst was ist, nicht so viel Zeit, euch über zu viel Gedanken zu machen. Arbeitet lieber an euch selber, an euren Zielen, was ihr vorhabt, was ihr erreichen wollt, bevor ihr euch mit irgendwelchen politischen Diskussionen, vielleicht sogar im Freundeskreis euch irgendwas verscherzt oder sowas. Kann man vielleicht ganz gut dazu sagen. Und zur Beantwortung, ob es sich dumm besser lebt, um es jetzt nochmal zu strapazieren, bin ich trotzdem der Meinung, wenn du einerseits keinen medialen Einfluss hast, zweitens ein Typ bist, der einfach in den Tag hinein lebt, also keine Ansprüche hast und keine Ansprüche hast, ganz, ganz wichtig, lebt es sich, glaube ich, entspannter und vielleicht auch besser, weil du eben auch keine Ansprüche hast. Vielleicht hat es auch viel mit den Ansprüchen an sich selber zu tun, dass du dann von vornherein sagst, okay, nee, so geht es mir besser und sowas. Oder wenn du zu viele Ansprüche hast, dass es dir dann vielleicht nicht gut geht, weil du vielleicht manche deiner Ziele nicht erreichen kannst, weil sie einfach unendlich weit entfernt sind. Ich glaube, so kann man das ganz gut zusammenfassen, oder? Ja, ich glaube schon. Aber wie gesagt, wie René vorhin gefragt hat, gerne mal eure Meinung dazu sagen, würde mich auch echt brennend interessieren. Lebt es sich dumm besser? Wie gesagt, nicht aufs Geistliche bezogen, einfach so auf die Art. Wisst ihr schon, wir haben es jetzt 20 Minuten durchgekaut, ihr wisst, was wir meinen. Gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Gerne, wie gesagt, auch Video teilen, Stream teilen, Podcast teilen, wie ihr Bock habt. Und ja, war, denke ich, wieder eine gute Folge. Ich glaube, wir machen jetzt hier auch einen Schlussstrich. Wir müssen es auch nicht zu lange rausziehen. Nee, Leute, lasst nur an der Stelle keine Hater-Kommentare für sowas da. Ich meine, das ist ein Thema, das triggert, Leute. Akzeptiert jede Meinung einfach so ein bisschen, wie er ist. Jeder ist gut so an der Stelle, wie er ist, auch wenn man anderer Meinung ist. Jedem seine Meinung an der Stelle. Und ich hoffe, wir sehen keinen Hater darunter, sondern eher so positive Kommentare. Viele verschiedene Ansichten würde ich mich drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Von meiner Seite auch. Und wir hören uns dann nächste Woche zu den zwei Special-Folgen. Und jetzt kann ich es eigentlich schon mal anteasern, weil wir jetzt auch dann fertig sind mit der Aufnahmesession. Nächste Woche werden dann, oder in den nächsten zwei Wochen wird es dann Bitcoin-Folgen geben. Und zwar haben wir da auch einen Gast, den Jonas, eingeladen, den ich einerseits kritische fragen, das war mir nämlich ganz wichtig, Thema Bitcoin. Es war von der Community ein Wunsch, viel auch aus meinem privaten Umfeld. Ey, macht mal eine Bitcoin-Folge. Was ist Bitcoin überhaupt? Und in den beiden Folgen soll es einerseits um das Positive von Bitcoin gehen. Andererseits haben wir uns auch kritische Fragen überlegt. Kritische Fragen zum Thema Bitcoin. Und darum soll es die nächsten zwei Folgen gehen. Freue ich mich riesig darauf, dass es funktioniert hat. Und ich hoffe, dass es für euch auch draußen dann ein riesiger Mehrwert, weil Bitcoin betrifft uns möglicherweise zu irgendwann alle. Aber, wie gesagt, es gibt möglicherweise auch negative Punkte. Hören wir uns dann alles die nächsten zwei Wochen an. Danach geht es wieder wie gewohnt mit den normalen Folgen. Und dann denke ich auch wieder mit Benji, weil wir dann schon im Oktober, glaube ich, sind, wenn meine Rechnung jetzt stimmt, mit Benji wieder am Start zu dritt. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich habe jetzt genug gelabert. Das letzte Wort geht wie immer an dich, René. Und ich wünsche jetzt auch ein schönes Wochenende. Hoin, Klipp!